Die christlichen Feste bescheren uns hierzulande, gerade im Frühling, ja die schönen Feiertage mit den langen Wochenenden, das nehmen wir gerne hin. Aber wenn die christlichen Feste dann nicht nur Freizeit gewähren, sondern auch Rücksicht fordern, wie an Karfreitag, dann regt sich der Widerstand. Das Tanzverbot am Karfreitag, der ein Tag der besonders geschützten Ruhe sein soll, ist ein Beispiel. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder Aufrufe gegen das Tanz- und Vergnügungsverbot am Karfreitag zu protestieren. Am Gründonnerstagvormittag zum Beispiel will ein Frankfurter Hasenfestbündnis Passanten zum Kirchenaustritt animieren. Die Aktion steht unter dem Motto Hasenfest, ich lass beten, lass du mich tanzen, findet an der Konstabler Wache statt, so heißt es zumindest auf der Webseite dieses Bündnisses, dem unter anderem der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten, die Giordano-Bruno-Stiftung und die Laizisten in der SPD angehören. Eines haben all diese Gruppen gemeinsam. Mit dem christlichen Osterfest haben sie nichts im Sinn. Ganz im Gegenteil. Sie wollen Menschen ermutigen, aus der Kirche auszutreten mit einem sogenannten Hasenfest am Gründonnerstag an der Konstabler Wache in der Frankfurter Innenstadt. Martin Wagner vom Hasenfestbündnis erklärt, wie die Aktion ablaufen soll. Wir werden uns um 10 Uhr in der Nähe von C&A an der Zeil treffen und werden dort einen Infopoint haben. Da der Austritt 25 Euro kostet, haben wir für diejenigen, die austreten wollen, eine Patenschaftsaktion gemacht und es werden zehn Gutscheine verteilt. Dann wird ein großer Hase die Austrittswilligen zum Gericht begleiten. Unter den Beteiligten ist auch die Spaßreligion vom fliegenden Spaghetti-Monster, die besonders unter Computerfreaks populär ist. Stefan Krebs, Pressesprecher der Evangelischen Kirche von Hessen-Nassau, fällt es schwer, dieses Aktionsbündnis ernst zu nehmen. Allein schon der Name Bündnis Hasenfest zeigt, dass da wirklich kein großer Ernst dahinter ist, sondern das ist eher so eine Halligalli-Veranstaltung. Die Kirchenkritiker sehen das anders. Ihnen geht es nicht um Halligalli. Sie wollen auf ernste Probleme hinweisen, auch mit satirischen Mitteln. Ihr Motto, ich lass dich beten, lass du mich tanzen, spielt auf das Tanzverbot an, das am Karfreitag in Hessen gilt. Für Martin Wagner eine Einschränkung der persönlichen Freiheit. Wir sind auch der Meinung, dass die gesamte Feiertagskultur in Deutschland, die bis auf wenige Ausnahmen christlich geprägt ist, dem Umstand mit der Zeit auch Rechnung tragen muss, dass viele Menschen diese christlichen Feiertage nicht als ihre Feiertage ansehen. Für die Mehrheit der Menschen in Deutschland, so Wagner, habe der Karfreitag keine religiöse Bedeutung mehr. Die evangelische Kirche hält es aber für wichtig, gerade den stillen Charakter des Karfreitags zu bewahren. Stefan Krebs Ein paar Störtage zu haben, die einen mit der Nase auf etwas stoßen, was einem nicht so angenehm ist, aber wichtig ist, das halten wir für einen Gewinn und nicht für einen Verlust. Deshalb bemüht sich die Kirche auch, den tieferen Sinn von Ostern wieder sichtbar zu machen. Von der evangelischen Kirche bekommen ihre Mitglieder dieses Jahr Osterpost mit einer Motivkarte. Ostern, betont Krebs, sei auch für die Christen letztlich ein heiteres Fest. Auch wenn es das Leiden sehr betont, am Ende steht die Auferstehung und die erwachende Natur. Und an die erinnert natürlich auch der Hase. Tanzen statt Beten, das Hasenfest der Konfessionslosen und die Reaktionen der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau darauf, das war Thorsten Schweinhardt mit einem Bericht. Also es ist nicht einfach, mit unterschiedlichen religiösen Vorstellungen respektvoll in einer pluralen Gesellschaft zu leben. Das bleibt wohl eine Lernaufgabe für alle. Und ein anderes Feld, wo es ständig Konflikte gibt, das ist der Schutz der Sonntagsruhe und der Schutz der Menschen vor kommerzieller Aushöhlung dieses gemeinsamen Ruhetages. Dazu bilden sich allerdings immer mehr Aktionsbündnisse, zuletzt am Mittwoch im Main-Kinzig-Kreis. Katrin Rudolf. Hosodel. Hosodel.